Hallo und Willkommen zurück zu Life is Voidal. Wieder mit dabei natürlich der Titsch und der Rexipop. So, ich habe hier meine Mine etwas weiter gebaut, es ist etwas Zeit jetzt vergangen seit der letzten Aufnahme. Ja, es ist definitiv Zeit vergangen, denn ich habe jetzt mindestens schon 6 Fische gekocht. So, ich habe auch hier unten schon Eisen gefunden und ich baue jetzt hier noch einmal ab und dann gehe ich runter zu den Jungs, die haben ja einiges im Lager verändert, habe ich gehört, mal schauen, was ich da getan habe. Und in meiner Falle war schon ein Hase, leider habt ihr das ja nicht gesehen. Ja, Titsch hat uns einen richtigen Hase gezeigt. Da. Ups, hoppala. Ruderlich. So, jetzt erst mal das weg und dann gehen wir ein bisschen Metall bremen. Das wird schön. Wenn man nicht mal von mir los zum Zug, sondern... Dann gehen wir doch da. Du kannst doch gleich deine Hütte hier in den Schlag nehmen. Ja, wollte ich ja gleich machen. Ach nicht, toll zu schaufeln die ganze Zeit. Oh, ist das herrlich. Und die Kräuterlisle steht am Feuer und dreht die ganze Zeit irgendwas in den Händen zusammen. Ja, die Titsche werden geblatet. Ich glaube, Titsch wird nie Probleme mit der Ausdauer haben. Ja, der sowieso nicht. Ne. Alle hier körperlich am Arbeiten. Na gut, letztendlich hat er sich die Frau ausgesucht. Er steht hinter mir her. Passt du, Alter, alle. Schätzliche Klischee. Ich kenne mich nicht deine Klischees. Ich kann dir zusehen, wie ich den ganzen Scheiß hier planiert kriege. Apropos... Die Dami ihr Häuslein bekommt. Ja, genau. Und vor meiner Hütte will ich dann ein rotes Licht. Oh, da vorne. Ich sehe Feuer. Du kriegst ein Schild mit in Benutzung. Ich sehe Licht am Ende des Tunnels. Du Hardcore-Überladen, ne? Ich? Ja, ich. Ja, ich auch. Ja, hoffentlich. Das hier ist mein Häuslein. Es steht leider nur eins. Also hast du auch nur eins. Okay. Ja. Ja. Textur, lade dich. Ja. Alles zu Hause festlegen. Geht nicht? Ja. Wer es baut, darf es behalten, ne? Nein, nein. Du hast es mal beansprucht, glaube ich zuerst. Ja, ja. Muss so. Hallo! Hallo! So. Reden da, ja. Ist es das? Ich kann es trotzdem nicht als zu Hause finden. Vielleicht ist es schon mein Zuhause. Was? Alles. Normalerweise, wenn du reingehst, musst du rechts liegen. Ja, steht. Hauna, Strahle, Mann. 24 Stunden. So, hier ist der Weg. Dann musst du es wieder beanspruchen, oder wie? Und die Kohle liegt hinten in dem komischen beiden Basket-Stack. Ja, ich kann mit dem Gegenstand nichts anfangen. Was muss ich denn da noch skillen? Was denn? Mit dem Furnace? Ja. Wie, du kannst ja nichts mit anfangen. Ja, ich kann mit dem Gegenstand nichts anfangen. Irgendwas muss ich noch skillen, warte mal. Du musst Melting haben. Mach der mich fertig hier, ey. Was brauch ich da für einen Skill? Weiß ich doch nicht. Normalerweise gehört der mit zu deinem Schmiedescheiß. Ja, eben. Das ist der dritte von dir. Das ist Smelting. Den hab ich noch nicht. Wahrscheinlich, weil ich bei Bergbau 0,0 habe. Weil ich noch keine Ader gefunden habe. Äh. Ja, beim Mining musst du schon noch hochkommen. Aber du hast doch schon Eisen gefunden. Ja, aber keine Ader. Das ist jetzt Kacke, weil ich kann das Eisen auch nirgends reinlegen. Wieso schmeiß es auf den Boden? Das ist Schüttgut. Das ist nicht Schüttgut. Genauso wie Steine. Ja, ja, warte. Aber schmeiß es bitte direkt neben den Ofen. In einer Reihe mit dem Killen. Da bringst du mein ganzes Terraforming-Projekt hier durcheinander. Ich schmeiß es genau hierher. So, ich hoffe, jetzt sind da noch mal die Erbsen und der Weizen fertig, dass ich Mehl mutten kann aus dem Weizen. Ich hoffe, dass... Wie hoch darf ich schütten? Ja, egal. Nein. Oder kipps hinter deine Hütte oder so. Ja, jetzt habe ich hierhin kipps. Ja. Das Einzige, was ich mit dem Ofen machen kann, ist überprüfen und abbauen. Ja, ich muss die Mine finden. Ich hoffe, dass ich beides nicht so ganz in deinem Interesse. Nein, ich muss die Mine finden und das ist das Problem. Wieder rauf. Verdammt. Du sparst dir den Rückweg, sei doch froh. Ja. Oh, ich bin overburned. Completely overburned. Da tut sich gar nichts mit dem... Mit den Erbsen und so. Ja. So, schauen wir mal, vielleicht sind... Vielleicht haben wir ja was in der Hasenfalle. Ja. Ja. Tut leid. Ich dachte jetzt gar nicht mit den Minen aufhören, aber... Die war nicht so. Ja. Ja, weiter geht's. Das ist jetzt sehr spannend natürlich bei mir da. Ihr seht eine Wand, auf die klopf ich. Ich weiß gerade nicht, bei wem es am spannendsten ist. Ja, ja. Ich klopf mit einer Wand auf eine... Mit der Schaufel auf eine Wand. Das ist ja das nächste. Ach ne. Du sollst das Ding hochheben, Mensch. Ich strahle jetzt in die Hütte. Und bei Ditch werdet ihr sehen, äh... Einen Ladebalken, der sich langsam auffüllt. Ui, jo. Hast du gerade das Gefühl, die momentan interessanteste Perspektive ist bei mir? Ja, aber du nimmst nicht auf. Ja, das ist korrekt. Ja. Kannst hier wegmachen, ey? Ach. 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 Weißt du... Oh, was ist das? Was ist das? Schürfen! Jawohl! Oder? Na. Warte mal. Eisenherz. Wir wollen endlich... Ja, ja, Eisenherz. So, hab schon. Ja, geht's jetzt hoch mit deiner Skillung? Ja. Sehr gut. Du kannst das nicht aufnehmen, du bist überladen. Aaaaah! 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 Der schießt ja auch an uns selber am Bock, der Typ, ne? Ja! Lass mich! Aaaaah! Raus hier! Boden! Boden! So! Das passt schon mal gut da rein in die Hütte. Kann einer mich gebrauchen hier. Was geht hier denn drin? Was hast du mir jetzt in die Hütte getan? Ja, ich stell dir die ganze Zeit meine Körbe hier in die Kütte. Aha. So. Bettmar, wenn ich jetzt da anfange, da unten jetzt bricht die Spitzhacke dann wieder. Ist das so? Wahrscheinlich. Und danach? Und so sieht das Hühnchen aus. Bin ich zu erschöpft wahrscheinlich. Nein, die Spitzhacke hat. Ja, schlochten kommt das Hühnchen. Ja, da kriegst du Knochen raus. Da kriegst du den langen ersten Bohnen raus. Ja, das schon. Aber ich möchte jetzt eigentlich nicht schlochten. Kannst du das doch züchten. Ja, genau deswegen. Aber da brauch ich ja den Hühnerstall. Du kriegst jetzt erstmal eine Hütte. Hör auf zu weinen wegen dem Hühnerstall. Die wird ja immer besser. Alle am Schreien sind, was sie alle haben wollen, ne? Ich bin zufrieden. Du hast jetzt dein Herz, ne? Ja. Ich kann eh nichts mehr aufnehmen hier. Love, Forest, love. Wenn du dir gleich mal die Felder von Ditch anguckst, dann kannst du mal sehen, warum ich fast die Hütte auf seine Felder gebaut hab. Ja, die sehen halt mal so aus. Sorry. Auch genau wie Tome. Das war mit einem nicht hin gesagt, Mensch. Ah. Ich geh gerade so, als hätte ich die beleidigt. Ein Mann wird vom Himmel fallen und euch zeigen, was lang geht. Probier das mal. Vielleicht probier's grad, aber es geht nicht. Keine Ahnung wieso. Vielleicht muss ich auf den Tunnel rauf. Hm? Ja, jetzt bete da. Schale nehmen den Penis aus dem Mund. Nein, es geht irgendwie nicht. Keine Ahnung wieso. Was geht nicht? Ich kann mich nicht zur Hütte boten. Du drückst aber die Nummer 7, ne? Ja. Dann kann ich's dir auch nicht sagen, ehrlich gesagt. Was probier kann nicht schlingen von mir. Oh, die Wolle. Gebraucht. Hm, 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 hm. Du musst dich doch dahin porten können. Also das verstehe ich jetzt nicht. Ich versteh's auch nicht. Aber ich hab mal jetzt entschlossen, jetzt willst du mal randeln nieder, doch. Okay. Ja, sonst kann ich nicht mehr laufen. Das ist alles schwer. So. Fünf Aufleitungen muss reichen. Hast du dir schon Tiegel gemacht? Nein. Sollte ich auch noch, stimmt's. Was brauche ich dafür? Weiß ich nicht. Ich kann mal gucken. Ja. Ein Stock im Inventar, ja. Du brauchst dafür. Was brauche ich dafür? Ach, kann ich dir bauen. Ja. Habt ihr gebaut. Danke. Ich muss noch mal was von meinen Erz ablegen. Du musst aber nach Hause. Ich weiß nicht, warum das jetzt nicht geht. Das sollte funktionieren. Und das Server hat's auch funktioniert. Ich weiß nicht, warum es nicht geht. Oh. So, eins, zwei, drei, vier. Jetzt hab ich echt schon den Platz wieder fertig gepuddelt hier. So. Damit ist Ditch's Hütte auch so gut wie... Ready to build. Schön. Willkommen in der Hütte. So. Holzkohle ist in deiner Hütte. Okay. Du erkennst, dass du dein Zuhause liest. Weil es deines ist. Nicht wegen Größe oder Reichtum. Und wo in meiner Hütte ist jetzt Holzkohle? Was? Ja, das wird schon wieder Asynchron sein. Ich seh die Kiste nicht, die da irgendwo hingestellt haben. Vielleicht weil es noch meine ist. Aber normalerweise... Steht das da... Dir noch was? Nee. Das ist auf jeden Fall Holzkohle jetzt zweimal in deinen Hütten drin. Ja, kannst du's mir per Handel geben. Ja, klar. Oh, shit. Und den Schmelztiegel gleich. Ja, natürlich. So, ich geb dir dabei mal zwölf Cola. Wo stehst du denn rum? Hier, da. Ja. Sehr schön. Merci, Monsieur. Filterplay. So, und wie wir jetzt aber Eisen brennen und so, sehen wir nicht jetzt, sondern erst in der nächsten Folge. Also, tschüss, baba. Ciao, ciao.